Ich meine, die Gefühle beim Spiel, Nervenkitzel, dieses Auf und Ab, allein schon, wenn man vor Spielbeginn den Platz betritt. Ja, ihr Lieben, ich finde es natürlich ganz toll, dass es diesen Film zwei Gesichter gibt und ich hoffe sehr, für sehr viele junge Fußballspieler und auch Fußballspielerinnen, dass das so eine nette Ermunterung ist, sich zu outen, weil es geht um Liebe, es geht um die eigene Identität und du kannst nicht glücklich werden, wenn du nicht dazu stehst, wenn du wirklich liebst. Liebe ist alles und deswegen finde ich den Film toll und ich hoffe, er ermuntert den einen oder anderen zu sagen, übrigens, ich auch. Viel Spaß beim Gucken. Ich... Verstehst du? Fußball ist einfach mein Leben und ich kann... Ich kann einfach nicht mehr ohne.